äh, send energy only boah, diese ganzen Köpfe, ne schön doch schön, die ganzen Köpfe da alle, glaube ich, auch vernichten da hinten eine Trube drin ja, ja was ist denn noch mit der Kiste natürlich nett hier, die die Farbenwelt, ne ja, ich weiß ja, die, die deswegen wäre das schon geil, wenn wir diese abbauen können ja, wir brauchen die Lorium, ne das ist das Problem ja, ja, ja schon gut, ich weiß ja, und die Bäume hier im abhacken der只'n ich mach grad zu kommst grad in basto, moment ne, ne, ich, die Bäume abhacken und du sammelst das ganze jetzt gerade ein ich habe es gemerkt denn jetzt war mir hier ja ich war eben schon hier ich wollte den rest noch fertig machen halt so jetzt auf einmal plus 1 lifestyle ok was soll die leute bleiben auch gespeichert na ja wahrerweise sollte er hast du da glas zwischen gemacht nein das war schon das war so ist er überhaupt fertig naja ja das leuchtet nur ein kreis ja ich meine ich ja ob der überhaupt fertig ist aber nimm mal bitte dein magnet dass es jetzt kommen die ganzen dinge anzulieren machen wir ihn bitte aus nee warte doch erstmal ich bin doch hier gleich fertig ja dann mach ich das im e-system jetzt nicht fertig schauen doch seid ihr bin doch gleich fertig kann doch nicht immer warten hier hat doch einen kleinen moment habe ich keine zeit zu fertig du spasti der haut echt ab oder was ja weil es mir dann so zu lange dauert in der zeit könnte ich viele andere machen ich habe gesagt einen kleinen moment oder fehlt da irgendwo noch eine verbindung das ist ja auch komplett nein ich baue den einmal ab warum baust du den ab weil ich den zwei aufteilen will ich wenn ich den großen jetzt laufen lasse weißt wie viel strom der frisst wir brauchen doch gar nicht so ein großes ding toll doch aber du und das im e-system deins deins ja du hast magnet immer noch an ich habe magneten nicht an ja dann wird das zeug ja nicht um dich rum fliegen das fliegt nicht um mich rum das fliegt da nein das fliegt die ganze zeit bei dir rum nein ich habe kein magnet mehr an bei der aufnahme siehst du das ja freu dich das sah bei dir nämlich dann auch genauso aus auf den arsch auf den arsch in der hand ich weiß noch 100 prozent ich hatte eine eben in der hand mit einmal warum auch immer jetzt leuchtet er komplett der gleich nicht mehr oder mir doch ich bin noch weg so eigentlich jetzt leuchtet er was ist das wei wei ouch nein nicht die selbe kann man auch so eine idee ganz ehrlich scheiß dinge scheiß dinge scheiß dinge insert ach ja sollten wir jetzt eigentlich das im e-system starten können ja leuchtet sollte leuchten ja die sind nicht verbunden hatten wir eigentlich disketten teile naja hatten wir unten wahrscheinlich ne also so n disk drive hab ich in der hand ach so schließt du da an ne ich glaube jetzt ist wer noch ich glaube tausende wieder besetzt ne Neunzehnstück Fuck yeah Gable That's okay man Gables 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 Reichen die klein Sonst müssen sie eh noch später paar 3 spawnen oder kriegen wieder welche geschenkt Kriegen wahrscheinlich wieder welche So wie immer Ach ja 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 Geh mal SoulCentern Für die eine Quest noch Hüpf 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 Einer Ach, das ist das Crafting-Ding, oder? Das ist das Crafting-Ding eben, genau. Egal, das ist das Crafting-Ding, das ist online, leuchtet aber nicht. Ah, ein Basic-Pack ist drin, ein halbes Herz ist drin, Sky-Chess, Torches und so weiter. 4K-Komponenten-Storage, irgendwoher. Okay. Was war da noch drin? YAY ME ZUMMELN! Irgendwie leuchtet das hier auch, das ist ein bisschen komisch, das macht mir ein bisschen Angst. Tja. Das ist genauso komisch. Scheiß Skelette immer. Ach so, der hat ja hier hinten gemacht, stimmt ja. Hier. Mal wieder drei Herzen, darfst einmal mehr sterben. Ja. Ja. Hier. Boom, boom, jetzt hörst du wieder wieder, boom, 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 boom. Ja, ich muss dann das Verbratete ja gleich als nächstes legen. Nein, das war nur hier hinten eben. Ja sicher, äh, bleibst du ein Momentchen da, ne? Ja sicher, halt die Fresse. Nein, weißt du? Ja, bleib mal mit hinten da, ich räum die ganzen Kisten eben aus. Weil dann mach ich mal Gnet an und, äh, klopp mal eben die ganzen Kisten hier kaputt. Ja. Ja. Ja, 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 groß Magnet an. Und... Kisten geht kaputt. Dauert jetzt lange. Ich hab Cookies gehabt. Ich weiß noch nicht, wie viel in seinem E-System rein warst, wenn wir das jetzt voll mit Müll, ne? Ja. Das kann... Das kann gleich raus hier. Boah, wo kommen denn die ganzen brennenden Zombies wieder her? Ja, sein Po. Du hast doch dich da... mir zugemacht gehabt. Aber ein gewisser Herr, vielleicht hat's wieder aufgemacht. Ja, genau, ich hab's jetzt auf einmal aufgemacht. Ne andere Stelle eben. Ja, ja. Ja. Socht ihr nur die Ausreden, mein Freund, socht ihr nur die Ausreden. Ja, das kann man auch nicht abbauen. Ja, das kannst du nur mit... oh. Das hätte ich nicht machen sollen mit der Axt. Ne? Ne, die Axt hat mir eben alles weggerissen. Okay. Ja, die hat mir eben so drei Kisten kaputt gemacht. Hm, ist klar. Boah, ist doch nur Blödsinn, echt. Oh. Oh, getting good. Herrlich. Ja. Hast du das nicht eben schon gemacht? Brauchen wir die Spawner hier unten eigentlich? Keine Ahnung, ey. Mit welcher... Ach du bist da denn? Keine Ahnung. Kann man für die Balten oder so? Was da drinne? Hm? Also... Was da drinne? Mich stört's nicht. Ja, Skelett, fick dich. Ich hab' wieder dieses Blindness-Effekt. Ich seh' nix. Und tot. Nein. Wenn du Nein saß, ne? Ach komm Flash, sehr ruhig. Ich kenn' dich. Ja, wenn du die... Wenn du so scheiße laberst und passiert's auch. Ja, genau. Der Flash will. Ja, klar. Wie immer. Wo sind meine Waffen denn so schwach jetzt? Schon wieder. Ja. Und tot. Scheiß Creeper. Weil waren's die scheiß Zombies jetzt in dieser... Warte, warte mit dem Teleportieren. Oder Hinkommen. Ich brauch mich doch nicht teleportieren. Ja, warte doch wenigstens mit dem Hinkommen. Ja, dem sind doch nicht alle drinne. Oh, ich renne immer in die falsche Richtung. Jetzt kannst du Hinkommen. Es ist... Jetzt haben wir ein... Funktioniere das ein... ME erstmal. Okay. Erstmal. Ah. Elorium-Blöcke. Apropos. Ender-Infusion Obsidian, ne? Ah. Ja. Pulvoi sagt natürlich wieder keins darum. Das ist natürlich gut. Ja, ja. Ja, ja. Geht die schneller? Ja, ja. Hello, yo. Ich bin jetzt ein bisschen am... Start, kriegen wir noch einen Tether. Okay. Obsidian brauchen wir eigentlich doch nicht mehr. Ich baue das Portal hier so ein bisschen auseinander. Funktioniert ja trotzdem noch. Ich bin jetzt noch mal ... ... ... ... Sudan. Sudan. Ähm, warte mal. Was ist falsch? Ähm, warte mal, was war am Ender Carry? Wie viel brauchen wir denn? Warte mal, wir haben noch TNT. Wie können wir TNT Stromerzeugen? Vier, acht, neun, zehn, elf. Wie viel hab ich? Sechs. Was braucht die eine zum Reparieren? Warte mal. Wir spielen mit den Zettel-Squads, okay. Auf den Quest. Auf den Quest. Und hier unten bei dem Spectacle-Raum. Ja, weißt du, was ich grad mach? Wir haben wollen. Diese Plattform mit dem Portal in der Mitte. Bauch ich grad so ein bisschen auseinander. Weil wir dieses Ender-In-Feel schon ganz gut gebrauchen können. Und da wir eh grad keine Obsidian haben. Was baue ich da denn auseinander? Was so standardmäßig bei uns ist. Alles auseinanderbauen. Du, wo hast du am meisten auseinander? Ich halte mich teilweise. Ich krieg überall Platz hin. Mhm, ist klar. Man muss nur gut stapeln können. Ja, ja, ja. Nein, mein Hammer ist weg. Mein Hammer. Aber das ist wirklich das End, ne? Hm? Hm? Wer sagt? Ja. Siehst du ja an diesem Portal da drin. Aber das hier diesmal Deep Dark Dimension ist, ne? Na gut. Wenig Spaß. Hm? Macht am wenigsten Spaß auch noch. Ja. So, Kisten-Chaos ist komplett weg. Oder fast. Hier müssen wir halt aber erstmal alles ausleuchten, wenn wir runtergehen. Oh, Tathos. Na, ich glaub nämlich auch, dass wir auch so da wieder hin müssen dann noch. Vor allem keine Enderman eingucken. Oh, schön. Diesmal hab ich nach unten geguckt. Ich hab keinen Bock auf die Viecher. Und das Enderei werden wir auch noch gebrauchen wahrscheinlich für irgendwas. Später irgendwann. Wahrscheinlich wieder zum Ende hin. Äh, bei dem einen brauchen wir's für die... Zum Beispiel für die Bienen brauchen wir das damals. Hm. Kartoffeln anbauen. Das hat hier echt zwei Reaktoren hingebaut. Naja. Einer für die Zellzimmerfladen. Den anderen... ...für... ...den M.A. Controller. Mhm. Sowieso nicht, weiß nicht wie lange das erzählt. Hallo Flash. Ahnung. Das sieht ja gar nicht mehr so aus, ob das an wär. Na, das ist das... ich weiß auch nicht warum. Das Ding hab ich mich auch gewundert, aber steht online dran und funktioniert. Top Top Top. Nur bis jetzt ist mein Craft nicht mehr abgestürzt. Da ist wahrscheinlich echt danach... doof! Ich würde mir jetzt nur so einen Terminal schnappen Crafting Terminal, ne? Brauchst du wahrscheinlich gerade, ne? Ja, du kannst auch einen Auf die andere Seite Obwohl, warte, nimm du mal die hier Ich gehe woanders hin Ich gehe woanders hin Na sicher Die hinten hin So, die habe ich Komm, jawoll Achja, die Dinger brauchen wir auch noch Du, wir müssen auch ein Kaktus-Ding machen Ok Kaktus Kaktus An die Kaktusgaste haben wir was Geht die Bamboo Ne, ist das Sugar Äh, wie heißt denn dieser Verzauberungstable? Wo man sich die Darmentable Hä? Darmentable Wo man normal verzaubert, ne? Äh, wo man, ne, wo man auch mit Aussuchen konnte Äh Ob der hier drauf ist Ne Ahnung, äh, Charbon Plus Ne Ahnung, äh, Charbon Plus Ne Ahnung, Ne Ahnung, Geh ich Verzauberungstable